Mein letztes Q&A ist schon 3 Jahre alt und war in einem Klassenzimmer. Jetzt ist es wohl online. Und mit ein bisschen mehr Leuten im Instagram. Also hey Schüler, stellt mir Fragen. Warum heißt du Einholzkopf? Das haben viele Leute gefragt. Und wer mein 100k Special gesehen hat, weiß, ich heiße Einholzkopf, weil mein alter Meinschaftskanal Holzkopf hieß. Und warum hieß der Holzkopf? Haha, gut dass du fragst. Fragen wir ihn doch. Ich bin auf meinem Kanal Holzkopf. Keine Ahnung, wie mir der Name eingefallen ist. Ich wollte unbedingt etwas im Namen haben, was mit Bäumen zu tun hat. Uff, meine Stimme. Und warum ich unbedingt was mit Bäumen zu tun haben wollte? Ich hatte mir früher so Charakterdesigns skizziert. Und eins davon war ein Baum mit einer Sonnenbrille. Und ich wollte das unbedingt für YouTube benutzen. Mir hat aber nur noch ein Name gefehlt. Und ja, ich fand's lustig auf so die Redewendung Holzkopf anzuspielen. Haha, ihr wisst, weil Holz. Und nein, es ist nicht, weil ich früher oft Holzkopf genannt wurde. Und ja, mein Charakter hat jetzt recht wenig mit Bäumen zu tun. Aber zumindest bin ich immer noch ein Holzkopf. Wie war denn jetzt dein Abischnitt? Das wollten wirklich sehr viele nach meinem Abitur im Online-Interricht-Video wissen. Also, mein Abischnitt nach all den Struggles und Mühen war... 1,8. Also, in Bayern wäre das ja eine 4,0. Du kriegst gleich eine 4,0. Ey, nein, warte. Ist die Geschichte aus seinem Minecraft-Story-Video wirklich passiert? Ja, ja, das ist sie. Hier sind sogar Screenshots davon. Da ist die Stadt, da ist die Geldmaschine, da ist Stein. Hab damals leider nicht so viel gemacht. Das ist alles, was von der Stadt übrig geblieben ist. Könntest du einen Kampf gegen andere deutsche Storytime-Animations-Youtuber machen? Ein epischer Fight? Also, das wäre ziemlich cool. Also, ich wäre bereit. Darum sind so viele weg. Ähm, darf ich deine Minecraft-Logind-Daten haben? Was? Nein, darfst du nicht? Hey! Ha! Ich halte meine Daten im Internet nämlich sicher. Und dafür hilft NordVPN, der Sponsor des heutigen Videos. Denn wenn man nur so durchs Internet surft, ist man quasi nackt. Ew. Mit NordVPN wird dein Datenverkehr aber verschlüsselt und man ist damit schneller als mit jedem anderen VPN-Anbieter auf dem Markt. Er ist cool. Ich benutze das auch, um meinen Internet-Standort zu einem von 60 Ländern zu erinnern, um Geoblocking zu umgehen. Sehr viele Anime, mitunter ein paar meiner absoluten Favorites wie Attack on Titan und Harder Hunter, wurde letztens aus dem deutschen Netflix entfernt. Für amerikanische Netflix-Kunden ist alles aber noch verfügbar. Also einfach einen Klick mit NordVPN und schlucks, hab ich sie alle wieder freigeschaltet. Auf nordvpn.com-scholzi bekommt ihr gerade zum Zweijahrespaket einen Gratusmonat plus Geschenk obendrauf und könnt 72% sparen. Also nur noch 2,87 Euro pro Monat. Checkt den Link in der Beschreibung ab, um euch diesen Ziel zu sichern. Ihr habt sogar eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. So, die Stunde geht jetzt weiter. Weiß noch einmal von eurem Boden ab. Bist du hauptberuflich Influencer? Was arbeitest du? Bist du Student? Tatsächlich studiere ich wirklich gerade. Und zwar etwas mit Computern und so. Yeah. Und mal gucken, wie lange ich das Studium überhaupt durchziehe. Bald sind sogar Klausurenphasen. Also wünschen mir Glück. Kommt irgendwann ein Face-Reveal. Vielleicht irgendwann. Aber andererseits haben mich auch viele darum gebeten, bitte nie eins zu machen. Und ich bin auch ein Fan von Privatsphäre. Also mal schauen. Ich will es aber nicht unbedingt an einer Abonnentenzeit festmachen. Wo ist deine Nase? Was ist das für eine Frage? Meine Nase ist doch hier. Wait. Mit welcher App animierst du? Ich mache meine Videos am Computer. Also keine Apps. Oder nennt ihr Programme einfach so Apps? Ich zeichne in Photoshop und manchmal auch in Animate. Und composite und schneide alles in After Effects. Und ich weiß, der ein oder andere Video-Creator wird verwirrt sein, warum ich After Effects benutze. Weil es viel praktischere Alternativen gibt. Aber hey, für mich funktioniert das. Vielleicht zeige ich irgendwann grob, wie ich meine Animationen mache. Also, falls es euch interessiert. Was sagen deine Eltern dazu, dass du YouTube machst? Sie haben zwar allgemein nicht so viel Ahnung vom ganzen Social-Media-Ding. Aber als ich ihnen meine Videos gezeigt habe, fanden sie sie gut. Was ist dein Ziel auf YouTube? Mein Ziel war es, irgendwann die 100k zu erreichen. Weil man da eine Klavier angekommen will. Aber, ähm, gut. Ich find den Begriff Ziel aber irgendwie komisch. Ziel heißt ja irgendwie das gleiche wie ein Ende. Und ich hab die 100k jetzt schon. Hey, das heißt ich kann jetzt aufhören? Nur ein Joke. Ich hör nicht auf. Noch nicht zumindest. Hat dich irgendjemand mal in der Öffentlichkeit an der Stimme erkannt? Ich geh eh nie nach draußen. Also nein, noch nicht. Wäre aber irgendwie echt funny. Außer natürlich, wenn es in einer unpassenden Situation passieren würde. Und ich dem aus dem Weg gehen müsste. Aber dann könnte ich wegen meinem Namen einfach das machen. Blablabla. Hey, du klingst wie ein Holzkopf. Und aber, statt zu sagen. Äh, wer? Ich? Nein. Wer ist Holzkopf? Kann ich so tun, als würde ich den Namen Holzkopf im Sinne vom Wort Dummkopf verstehen. Und einfach sagen. Ey, warum belädigst du meine Stimme? Oh. Und dann gehen. Wie lange brauchst du für ein Video? Wenn ich mich richtig anstrenge, brauche ich ungefähr einen Monat. Aber es variiert sehr stark von Video zu Video. Bei manchen Videos habe ich einfach viel mehr zu erzählen und zu zeigen. Animationsvideos sind halt leider auch einfach extrem zeitaufwendig. Das Ganze zeichnet sich eben nicht von allein. Zum Beispiel war dieses Video eine Menge Arbeit. Schaut es euch also gerne an. Äh, hey, die Stunde ist schon lange vorbei. Warum gehst du nicht aus der Konferenz?